Soll ich Ihnen ein Geheimnis verraten? Auch bei Ketterer fallen die Rekordpreise nicht vom Himmel. Dafür benötigt man ein enorm engagiertes Team. Was uns alle in diesem Team eint, ist die Liebe zur Kunst und die Leidenschaft für die Kunst. Was für mich die Arbeit bei Ketterer auszeichnet, ist das Bemühen, dass wir unsere Sammlerinnen und Sammler über Jahre und Jahrzehnte begleiten. Die gesamte Familie, die Prozesse einer Sammlung, der Kauf, der Verkauf, das Erben oder Vererben und wir versuchen, Sie mit unserer gesamten Expertise bestmöglich zu begleiten. Um das Beste für Sie zu erreichen, haben wir uns ganz gezielt spezialisiert auf Kunstwerke des 19. bis 21. Jahrhunderts. Denn nur so sind wir sicher, dass wir auch Ihrem Kunstwerk die beste Plattform bieten können, um es international zu verkaufen. So eine Arbeit durfte ich noch nie versteigern. Ernst Lekirchen hat das blaue Mädchen. Vier Millionen hier im Saal bei vier Millionen Euro. Wenn Sie Ihr Kunstwerk uns anvertrauen, sei es ein Gemälde, eine Zeichnung, eine Skulptur, so stellen wir viele Fragen. Wir wollen das Bild erkunden. Wir wollen hinter das Bild schauen. Denn das, was bei uns zum Aufruf kommt, ist nicht nur das Objekt, es ist die Geschichte des Objekts. Zum Dritten. Ganz herzlichen Dank. Wir sind ein Familienunternehmen. Dies bedeutet, dass wir ein großes Verständnis für Familien haben und gleichzeitig, dass wir ein großes Verantwortungsgefühl verspüren. Denn der Verkauf Ihres Kunstwerkes geschieht in unserem Namen, Ketterer. Das klappt. 320.000. Jede Auktion fängt wieder von vorne an und wir sehen ganz viele Objekte. Und wenn wir diese Objekte dann ins Haus bekommen, um mit ihnen arbeiten zu dürfen, hat jedes Objekt natürlich auch seine eigenen Anforderungen. Und genau das ist es, was uns immer wieder aktiv hält. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.